Aurelio, schön bist du hier. Gut angekommen in der Schweiz? Ja, es ging alles relativ schnell. Der Flug war ja nicht wirklich sehr, sehr lang und ich habe auch ein bisschen Sonne mitgebracht. Es ist heute sonnig. Seit zwei Wochen das erste Mal habe ich mitgekriegt, deswegen nicht ganz froh. Da freuen wir uns natürlich. Ich denke, hier bei uns im deutschsprachigen Raum kämpft man dich jetzt vor allem durchs Dschungelcamp. Wie war das so für dich? Ja, ich habe das ja auch an meiner Facebook-Seite. Dass ich einige Leute habe, weibliche Fans, die dann doch mich gesehen haben, auch hier in der Schweiz. Es war eine Erfahrung. Ich sage jetzt nicht eine Top-Erfahrung, auch keine schlechte. Es war eine Erfahrung, aber ich würde es nicht nochmal machen. Triffst du denn hier auch Fans, die dich von deiner Karriere in Italien her kennen? Ja, also ich habe ja über zehn Jahre lang in Italien gelebt und hatte da auch im Fernsehen und als Model gearbeitet und ich habe sicherlich noch ab und zu mal Italiener, die zuhause Rai Uno haben und die mich dann auch wieder erkennt tatsächlich. Alles klar, dann kommen wir jetzt dazu. Du hast ja hier immer deinen Bodyguard mit dabei. Wie ist das denn so mit dem Bodyguard? Fühlt man da sich wirklich sicherer dadurch? Ja, also es ist einfach so, dass ich habe teilweise, man müsste es nicht, aber es ist einfach so, dass, weil ich ja selber kein Kind von Traurigkeit bin, ist es einfach so, dass wenn man mal oft unterwegs ist in Großraumdiskotheken zum Beispiel, wo wirklich viele Leute sind, da finde ich es schon wichtig, weil man weiß ja nie, es gibt immer sehr, sehr viele einfersüchtige Männer, die so ein bisschen darauf achten. Warum müssen die denn eifersüchtig sein? Ja, weil es doch schon mal vorkommt, dass vielleicht die eine oder andere Frau mir schreibt oder vielleicht ein Fan von mir ist und dann gibt es schon mal Menschen oder Männer, die da relativ eifersüchtig werden. Und da ist es schon wichtig, dass ich hier den Patrick bei mir habe und wenn ich in der Schweiz bin, ist er halt für mich zuständig und er auch dann halt für mich da, weil uns verbindet auch so ein bisschen so eine italienische Freundschaft. Deswegen bin ich ganz froh oder sicher in meiner Seite ab und er ist ja auch nun bekannt hier und da fühle ich mich schon definitiv sicher. Genau, der Patrick, der arbeitet ja viel und ist viel unterwegs, auch in Dubai, arbeitet mit vielen bekannten Personen zusammen. Ist das für dich auch was, dass du das Gefühl hast, da fühlt man sich nochmal ein bisschen sicherer, wenn man auch so einen wirklich so einen Star-Bodyguard mit dabei hat? Ja, also generell weiß ich ja, dass er da so ein Promi-Bodyguard praktisch ist, weil er halt auch viele, viele prominente Leute hat. Ich zähle mich jetzt da nicht unbedingt zu, weil er hat ja wirklich nur einen riesengroßen Stars. Mich sicherer macht es nicht, es macht mich einfach nur sicher, was ich weiß, dass er bei mir ist. Ob er jetzt nun Promis begleitet oder irgendwelche anderen Menschen, die halt nicht zur Prominenz gehören, das ist für mich nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass er sympathisch ist, dass da so eine Beziehung entstanden ist und wir gemeinsam auch über Dinge reden können. Patrick, jetzt haben wir ja hier gerade gehört, dass sich der Aurelio sehr freut, einen Bodyguard wie dich an der Seite zu haben. Wir haben ja auch gehört, du arbeitest viel in Dubai und bist auch international unterwegs. Wie ist es denn für dich, wieder hier in der Schweiz einen Auftrag zu haben? Ja, wir haben ja sehr viele Aufträge in der Schweiz. Das ist ja nicht nur auf eine Person bezogen und wir machen ja nicht nur Personenschutz. Das sind auch ganz normale Events-Veranstaltungen, wir machen auch Baubewachungen. Also alles, was mit Security in Verbindung gebracht wird, mache ich auch. Und Aurelio ist natürlich ein spezieller Fall aus Deutschland, ist klar. Wir als Italiener, wir verstehen uns, ganz klar. Also in diesem Fall arbeitet ihr ja sehr vielfältig auch mit Events und nicht nur Personenschutz. Ich denke, da braucht es ja vielleicht auch mal mehr als vielleicht nur zwei bis vier Bodyguards. Wie viele Leute könnt ihr hier im Ernstfall aufbieten? Leute aufbieten kann ich so viel ich möchte. Das sagt uns der Veranstalter. Die Bookings werden ja im Vornhinein besprochen und dann sind wir natürlich ganz gut informiert. Gab es dann schon konkret Vorfälle, wo du froh darum warst, deinen Bodyguard mit dabei zu haben? Gott sei Dank hatten wir noch nie solche Fälle. Also bisher noch nie. Ich war in einer Großraumdiskothek, allerdings in Deutschland. Da wäre es beinahe dazu gekommen. Aber wie gesagt, ich bin ja halt auch einer, der nicht ganz so einfach zu überrennen ist. Und von daher konnte man das regeln. Aber riesengroße Fälle hatten wir noch nie. Ich hoffe, wir kommen nie dazu. Aber wenn es dazu kommt, habe ich ja den jungen Mann organisiert. Wenn es zu sowas kommen würde, was wäre dir am wichtigsten beim Bodyguard? Ja, hundertprozentige Loyalität halt. Ich muss halt wirklich darauf mich verlassen können, dass er, wenn irgendjemand zum Beispiel von der Seite kommt oder so und mir irgendwas an den Kopf schmeißen möchte, jetzt mal als Beispiel, da möchte ich natürlich, dass er sich dazwischenstellt. Und wenn ich es nicht sehe, also wenn ich es sehe, dann kann ich natürlich auch selber vieles regeln. Aber wenn ich es nicht sehe und von hinten jemand kommt, dann ist halt ein sehr professioneller Bodyguard dafür da, auf diese Sachen zu achten. Ich denke, eine Frage, die man sich immer wieder stellt, wenn es um eben das Personenschützen geht. Ihr gebt ja euer Leben sozusagen für diese Person im Ernstfall. Wie ist das so für dich? Wie bist du überhaupt zu dieser Berufswahl gekommen? Ist ja eine relativ spezielle Berufswahl. Ja, das ist es. Ja, ich wollte das eigentlich schon seit jüngeren Jahren machen. Ich habe auch die entsprechende Ausbildung gemacht. Und daher verfüge ich auch natürlich sehr viele Erfahrungen im In- und im Ausland. Und daher natürlich auch die sehr vielen Bookings. Es spielt aber keine Rolle, ob es jetzt eine wichtige Person ist oder nicht eine wichtige Person. Sondern wir sind auch zuständig für nicht bekannte Leute, weil wir Personenschutz auch haben für nicht nur bekannte Leute. Und das zeichnet uns natürlich auch aus. Was macht denn für dich einen guten Bodyguard aus? Ja, er muss das gewisse Know-how haben, das Fachwissen, Umgang mit Personen, Umgang mit Zielpersonen, Umgang mit Gefahrenstufen. Und da muss man schon ein bisschen wild sein. Jetzt habe ich gehört, du bist das erste Mal in Zürich. Was hast du denn für einen Bezug zur Schweiz oder auch jetzt hier nach Zürich, als du das erste Mal hier bist? Bezug zur Schweiz, also ich bin Italiener. Und es ist einfach so, dass ich überall gerne bin, wo es nah in Italien ist. Das erste Mal war ich in Bern. Ich habe lange Zeit in Bern auch gelebt. Was heißt lange Zeit? Vier Monate, weil ich da eine Ex-Bekannte hatte. Ich war oft in Genf, weil ich da halt auch Club-Tours gemacht habe mit der Compagnie delle Indie aus Italien. Mit Leuten wie Franklin Santana, Jason Olive. Also alles gute Modelle aus den späten 90ern. Und Genf ist die Hauptstadt der Rolex-Uhren und ich habe da so ein kleines Faible zu. Deswegen war ich dann doch schon mal ein bisschen öfter. Aber jetzt bin ich in Zürich das erste Mal. Gefällt dir gut soweit? Ja super. Ich sage ja, ich fühle mich in der Schweiz gut. Und wenn ich dann sowieso Leute habe wie ihn, mit denen ich mich gut verstehe, dann bin ich umso lieber hier. Wir sind jetzt ja hier im neu eröffneten Camina Grand Hotel. Wie gefällt dir denn hier sowas? Ich habe gehört, der ist vor zwei Tagen erst eröffnet worden. Drei Tage glaube ich, ja genau. Genau, der ist also frisch, frisch, frisch. Und ich bin der Heißer, der heute das Bett praktisch entjungfern darf. Und da freue ich mich natürlich drauf. Also die Zimmer sind mega schön. Sehr, sehr gemütlich, aber dennoch hochmodern. Und dieses Tausend-Uner-Nacht-Prinzip, was die aufgebaut haben, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Kannst du dir vorstellen, jetzt hier mit dem Aurelio arbeitet ihr in der Schweiz, zusammen, kannst du dir auch vorstellen, dass du mal mitgehst mit ihm für einen Auftrag? Ja, wir haben schon bereits Projekte, Geheimprojekte. Die können wir heute noch nicht bekannt geben. Aber wir haben sehr viele Projekte, das ja auch im Ausland mache ich was mit ihm. Was es genau ist, will ich momentan für mich behalten, bis es ganz abgeklärt ist. Aber wir haben wirklich sehr viele Projekte hier in der Schweiz. Ich denke, es ist auch für dich schön, wenn du die Person kennst, die bei dir ist, wenn es nicht jedes Mal jemand anders ist. Ja, wie ich schon vorhin sagte, also für mich ist es wichtig, dass ich einhabe. Gut, in Deutschland habe ich jetzt einen sehr guten Bekannten von mir, der mich dann immer begleitet. Ansonsten wäre Patrick auch eher immer da gewesen. Nur für große Events wird auch da Patrick für mich vor Ort sein. Und unsere weiteren Projekte, die er angedeutet hat, die jetzt nicht nur in Deutschland sein werden und auch nicht nur in der Schweiz, sondern auch außerhalb, die dann bekannt gegeben werden, da wird auf jeden Fall Patrick in erster Linie für mich zuständig sein. Und ganz egal, in welchem Land wir sind oder auch dann hinfliegen werden. So ein Bodyguard ist ja in allen möglichen Situationen mit dabei und erlebt ja auch viel von dem Leben, das man führt. Wie nah kommt man sich da? Was für eine Beziehung baut man sich da auf zwischen Bodyguard und Star sozusagen? Wir haben ja schon des Öfteren gesehen, dass es genügend Bodyguards gibt, die sich da mit ihren Arbeitgebern, in Anführungsstrichen, sprich Heidi Klum, war ja mit irgendeinem Bodyguard dann auch irgendwo zusammen. Das passiert ja jedes Mal. Nur bei uns, wir sind zwei Männer. Ich glaube, wir mögen beide Frauen, das wird da in der Hinsicht nicht so passieren. Aber Fakt ist natürlich, dass, da wir uns hier verstehen, kann ich mir schon vorstellen, dass wir nicht nur arbeitstechnisch da zusammen losmarschieren, sondern auch sicherlich mal nach der Arbeit, nach der Veranstaltung auch mal zusammen eine kleine Party feiern werden. Vor allem als Italiener ist es natürlich immer ein bisschen speziell. Uns verbinden natürlich sehr viele Sachen als Italiener. Ich denke, es ist auch für dich schön, wenn du, ich denke, du wirst auch, da du oft den Klienten wechselst, wenn du dann Klienten wieder siehst, denke ich, macht auch Freude, oder? Ja, auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß, klar. Gut, dann danke ich euch zwar vielmals für das interessante Interview und viel Spaß hier in Zürich. Danke.